Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Wirklich überrascht waren die Leute erst kürzlich, als Beatrix Egli auf Instagram von ihrer tiefen Liebe zu Florian Silbereisen erzählte, aber erst vor kurzem die Gelegenheit hatte, dies öffentlich zu machen. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen, bitte werfen Sie einen Blick auf den heutigen Inhalt. Kurzbiografie von Florian Silbereisen, Stern 4. August 1981 in Tiefenbach, ist ein deutscher Performer, Schlagersänger, Schauspieler und Juror. Sein Durchbruch gelang ihm 1999, als er mit K.M. Nebel im Fernsehen auftrat. Seit 2004 moderiert er die URF ARD-Programme Eurovision Feste der Volksmusik. Seit 2015 ist er Teil des Hitrios Club 3. Seit Ende 2019 spielt der Kapitän Max Hacker in der ZDF-Serie das Traumschiff und der Ausgründungsserie Kreuzfahrt in Glück. Beatrix Egli, Stern 21. Juni 1988, ist eine Schweizer Pop- und Schlagersängerin. Sie ist Gewinnerin der 10. Staffel des deutschen Musikwettbewerbs auf der Suche nach Superstar. Egli ist nach Luca Henni, der letzte Saison gewonnen hat, der zweite Schweizer Meisteranwärter. Es hat über eine Million Tonträger in Deutschland, der Schweiz und Österreich verkauft. Beatrix Egli und Florian Silbereisen sind kürzlich nach Spanien gereist, um neugierigen Blicken zu entgehen. Es war eine Überraschung, als sie offiziell ihre neue Liebe neben Florian Silbereisen auf Instagram teilte. Beatrix Egli hat keine Angst mehr vor der öffentlichen Meinung, wenn sie über ihre Liebesgeschichte mit Florian Silbereisen spricht. Beatrix Egli interviewen, als wir zu schnell nach ihrer Liebe und Florian Silbereisen Werbespots gefragt haben. Beatrix Egli antwortete, nach der Reise mit Florian Silbereisen hatten sie und Florian Silbereisen viele Pläne und deuteten auch auf ihre Beziehung zu Florian Silbereisen an. Sie wollte sich damit anstellen und es spielte keine Rolle. Florian Silbereisen und Beatrix Egli müssen beide sehr glücklich sein. Beatrix Egli fühlte sich von Florian Silbereisen in Handschellen gefesselt. Wäre das wahr, würden sich Florian Silbereisen und Beatrix Egli sehr freuen. Zukünftig werden wir noch mehr fröhliche Bilder von Beatrix Egli und Florian Silbereisen auf der Bühne sehen, die noch keine Angst vor der Menge haben. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.